Der Montagabend im Allgäu. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den ATV-Nachrichten. Die neue Woche beginnt bei uns mit diesen Themen. Millionenschaden in Immenstadt. Großbrand zerstört Teile des Klebebandwerks Monta. Ein Urbeier ist wieder da. Infoabend zum Umgang mit dem Biber und Matchball zum Klassenerhalt. ESV Kaufbeuren in den Playdowns gegen Heilbronn. Ein Großbrand hat am Samstag früh die Immenstädter aus ihren Betten geholt. Das Klebebandwerk Monta direkt bei der Mittagbahn stand Lichterloh in Flammen. Schnell waren hunderte Einsatzkräfte vor Ort und versuchten, das Feuer zu löschen. Vor allem ging es darum, den Teil der Fabrik zu retten, in dem die Lösungsmittel gelagert werden. Heute war die Kriminalpolizei vor Ort, um herauszufinden, was den Großbrand ausgelöst hat. Samstag früh, 3.45 Uhr. Es war ein Bild der Zerstörung, das sich den Einsatzkräften geboten hat. Die Schneiderei und das Lager des Klebebandherstellers Monta standen Lichterloh in Flammen. Die Situation glich einem Inferno. 250 Einsatzkräfte versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, was ihnen auch gelang. Feuerwehren aus den Landkreisen Ober- und Ostallgäu sowie Lindau waren vor Ort. Außerdem vom Allgäu-Airport und die Werksfeuerwehr von Monta. Zum Einsatz kam neben Löschwasser vor allem auch Spezialschaum. Am Morgen ging es dann darum, die Glutnester zu löschen, damit das Feuer nicht erneut entfachte. Das Problem natürlich sind Kunststoffe drin gelagert, enorme Hitzeentwicklung. Wir haben Gott sei Dank auch zunächst das Augenmerk drauf gelegt, den weiteren Betriebsbereich abzumschirmen, um eine Ausbreitung in diesen Bereich rein zu verhindern. Denn neben dem abgebrannten Teil des Gebäudes ist die Beschichtung. Und dort werden große Mengen Lösungsmittel gelagert. Nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn das Feuer auf den Bereich übergegriffen hätte. Doch auch so hatten die Einsatzkräfte genug zu tun, um die starke Rauchentwicklung zu bekämpfen. Vorsorglich sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Wir haben also im ganzen Umfeld Messungen durchgeführt auf die Luftschadstoffe. Können wir aber also Entwarnung geben. Es sind also keine Schadstoffe in so hoher Konzentration in der Luft, dass sie für die Bevölkerung gefährlich werden. Rund 50 Tonnen Löschschaum wurden bei dem Einsatz verbraucht. Zur Brandursache können die Ermittler noch keine konkreten Angaben machen. Eine Brandstiftung schließen sie bisher aus. Nun zum jetzigen Zeitpunkt deutet vieles auf einen technischen Defekt hin. Allerdings ist diese Einschätzung noch nicht abschließend. Am heutigen Tag waren die Brandfahnder der Kriminalpolizei in Kempten bereits vor Ort und haben sich einen Überblick verschafft. Allerdings war die Brandstelle noch nicht komplett begehbar. Für den morgigen Tag ist eine neuerliche Untersuchung der Brandstelle im Zusammenwirken mit einem Sachverständigen des Landeskriminalamtes München geplant. Und im Anschluss daran hoffen wir, dass wir eine konkretere Aussage zur Brandursache treffen können. Ebenso unklar wie die Brandursache ist derzeit auch die genaue Schadenshöhe, zumal die Schätzungen weit auseinander gehen. Einen konkreten Wert kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen. Sicher ist, dass der Schaden immens und beträchtlich ist und in die Millionen geht. Welche Auswirkungen der Brand auf das Klebebandwerk Monta hat? Eine Frage, die sich so kurz nach der Katastrophe noch nicht beantworten lässt. Auf Nachfrage teilt man ATV Fernsehen fürs Allgäu mit, dass jetzt erst einmal das Tagesgeschäft Vorrang hätte. An Interviews sei derzeit nicht zu denken. Durchaus verständlich bei diesen Bildern. Das Landratsamt empfiehlt den Allgäuern einmal mehr die FSME-Schutzimpfung. Die Hauptträger des Virus sind Zecken. Von April bis Oktober sei das Erkrankungsrisiko am höchsten, heißt es von Seiten des Landratsamtes. 2012 hat das Robert-Koch-Institut das Gebiet der Stadt Kempten zum FSME-Risikogebiet erklärt. Das Oberallgäu war bereits 2009 zum Risikogebiet erklärt worden. Weiteres Wissenswertes aus dem Allgäu gibt es gleich bei uns in ATV Kompakt. Das Kunst- und Antiquitätenhaus im Allgäu. Radl-Stadl-Dicken-Weißhausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl-Stadl-Dicken-Weißhausen. A7 Ausfahrt Memmingen. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Für jeden das passende Rat. Radl-Stadl. Dicken-Reißhausen. Radl-Stadl.de. Und das sind die Meldungen vom 13. April. Ein Ehestreit endete gestern Abend in Kaufbeuren beinahe tödlich. Eine 43-jährige Frau stach mit einem Messer auf ihren zwei Jahre jüngeren Ehemann ein und verletzte ihn dabei schwer. Nach Angaben der Polizei waren beide stark alkoholisiert. Offenbar waren sie vor der Tat in Streit geraten. Über die genauen Umstände wollten aber beide nichts sagen. Der 41-jährige Mann erlitt eine mehrere Zentimeter tiefe Schnittwunde im Oberkörper. Er wurde stationär im Krankenhaus behandelt. Zwischenzeitlich konnte er aber aus der Klinik entlassen werden. Seine Frau widersetzte sich der Festnahme und verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle. In Kempten hat ein 20-Jähriger eine 14-Jährige mit einem Butterfly-Messer an der Kehle verletzt. Die beiden hatten zusammen mit einer dritten Person den Samstag gemeinsam verbracht und reichlich Alkohol getrunken. Als der 20-Jährige zudringlich wurde, verließ das Mädchen die Wohnung. Der Mann folgte ihr. Als sie sich nicht dazu bewegen ließ, zurück zu ihm zu kommen, fügte er ihr mit dem Messer einen Schnitt am Hals zu. Das Mädchen flüchtete in ein nahegelegenes Fastfood-Restaurant, wo der Rettungsdienst verständigt wurde. Die Polizei nahm den 20-Jährigen kurze Zeit später fest. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Im Fall des ermordeten Mannes aus dem Kaufbeurer Hochstadtweg ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 32-Jährigen, der zur Tatzeit in der gleichen Straße gewohnt haben soll. Der Mann ist aktuell in einer forensischen Klinik in Straubing untergebracht. Zuvor war er bereits freiwillig im Kaufbeurer Bezirkskrankenhaus in Behandlung. Dort soll er im August ein Feuer in seinem Zimmer gelegt haben. Die Staatsanwaltschaft Kempten will den 32-Jährigen bald wegen schwerer Brandstiftung anklagen. Ob es auch zur Mordanklage kommt, ist bislang noch offen. Wie berichtet, war am 9. August vergangenen Jahres ein 40-Jähriger in seiner Wohnung erstochen worden. Von der Tatwaffe fehlt bis heute jede Spur. Vater und Sohn sind am Freitagabend in Memmingen mit einem Messer auf ihren gemeinsamen Chef losgegangen. Anlass waren offenbar Unstimmigkeiten zu noch ausstehenden Lohnzahlungen. Die zwei hatten sich mit ihrem Arbeitgeber zu einer Aussprache in der Memminger Innenstadt getroffen. In dessen Verlauf schlugen sie zunächst auf den 37-Jährigen ein, später zog einer der beiden ein Messer. Der Chef konnte den Stichbewegungen allerdings ausweichen, später gelang es ihm zu flüchten. Der 51-jährige Vater und sein 22 Jahre alter Sohn wurden kurze Zeit später in der gemeinsamen Wohnung festgenommen. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt, der wegen versuchten Mordes Untersuchungshaft anordnete. Ein Lkw-Fahrer hat bei Buchlohe offenbar mehrere Tage lang tot in seiner Fahrerkabine gelegen. Ein tschechischer Spediteur hatte die Polizei informiert, dass er einen Lastwagen vermisst. Über die GPS-Ortung habe er festgestellt, dass sich das Fahrzeug seit zwei Tagen auf einem Parkplatz an der B12 bei Jengen befinde. Der Fahrer sei allerdings über das Handy nicht erreichbar. Als sie an der Stelle vorbeifuhren, fanden die Beamten den Fahrertod in seiner Fahrerkabine. Offenbar war der 55-Jährige im Schlaf einem Herzinfarkt erlegen. Gegen das Baugebiet Neue Priel in Memmingen formiert sich weiter Widerstand. Die Interessensgemeinschaft Amendingen-Nord hat jetzt dem Stadtrat eine umfassende Liste mit Kritikpunkten zukommen lassen. Diese wurde von 385 Bürgerinnen und Bürgern unterschrieben. Wie berichtet, ist in Amendingen der Bau von sechs mehrstöckigen Wohnblocks sowie Ein- und Zweifamilienhäusern geplant. Die Anwohner befürchten, dass es durch den schwierigen Untergrund im Baugebiet zu Absenkungen des Grundwassers kommen könnte. Dadurch könnten die Häuser im Umkreis Schaden nehmen. Außerdem sei erst jetzt bekannt geworden, dass der Boden Arsen enthalte. Der Abzug der Bundeswehr aus der Kempner Ari-Kaserne beginnt offenbar planmäßig im nächsten Jahr. Das wurde jetzt aus Reihen der Bundeswehr bekannt. Der Umzug der 180 Soldaten nach Dornstadt in der Nähe von Ulm soll etwa drei Monate dauern. In der Rommelkaserne werden sie vermutlich zunächst in Behelfskontainern untergebracht, denn die neuen Unterkünfte für die Soldaten müssen erst umfangreich saniert werden. 8,5 Millionen Euro soll das dem Vernehmen nach kosten. Fertig werden die neuen Häuser wohl erst in zwei Jahren. Eine Delegation des Kaufbeurer-Stadtrates hat das Eisstadion im sächsischen Weißwasser besucht. Es dient als Vorbild für den Neubau des Profi-Eishockey-Stadions, das in Kaufbeuren geplant ist. Die Betriebserlaubnis des jetzigen Stadions läuft, wie berichtet, in zwei Jahren aus. Deshalb soll in unmittelbarer Nachbarschaft ein neues Stadion errichtet werden. Die Kosten dafür werden auf etwa 20 Millionen Euro geschätzt. Mit den Eindrücken aus Weißwasser waren die Räte sehr zufrieden. Man habe viele gute Ideen für anstehende Entscheidungen mitnehmen können, so der Tenor. Der Managementplan für die Vogelschutzgebiete am Bodensee ist fertig. Demnach wird eine kleine ganzjährige Ruhezone in der Wasserburger Bucht eingerichtet. Die ganze Bucht wird zur Winterruhezone erklärt. Entsprechende Winterruhezonen werden auch in der Schachener Bucht, Reutiner Bucht und am Giebelbachufer entstehen. Ebenfalls festgeschrieben wird die ganzjährige Ruhezone in der Reutiner Bucht. Die Ruhezonen dürfen von Wasserfahrzeugen nicht befahren werden. Für Anlieger und Fischer gibt es Ausnahmen, Baden ist weiterhin erlaubt. Die Maßnahmen sollen durch freiwillige Vereinbarungen mit Eigentümern und Vereinen umgesetzt werden. Interessierte können den Plan demnächst im Lindauer Landratsamt einsehen. Ein Unbekannter hat auf der B17 bei Schwangau Leitpfosten aus dem Boden gezogen und in den Straßengraben geworfen. Ein Taxifahrer beobachtete den Mann dabei am Sonntagmorgen gegen halb fünf in der Früh. Als die benachrichtigte Polizei anrückte, war der Mann aber schon weg. Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte helles, nackenlanges Haar und trug eine blaue Jeans und einen braunen, langen Kapuzenpulli. Die Polizei bittet um Hinweise. Insgesamt entfernte der Mann etwa 30 Straßenmarkierungspfosten zwischen Horn und dem Campingplatz Bannwaldsee. Warum, ist nach wie vor unklar. Soweit die Meldungen heute vom Montag und jetzt das Wetter. In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel teils klar, teils bedeckt, es bleibt aber trocken. Im ganzen Allgäu werden um die 8 Grad erreicht. Der Dienstagvormittag startet freundlich, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Das Thermometer klettert auf bis zu 14 Grad im Unterallgäu und 16 Grad im Oberallgäu. Der Nachmittag wird ebenfalls sonnig, nur ab und zu sind Wolken zu sehen. Der Nachmittag wird ebenfalls sonnig, nur ab und zu sind Wolken am Himmel. Es wird frühlingshaft warm bei Höchsttemperaturen von bis zu 18 Grad. Auch in den Allgäuer Bergen setzt sich meist die Sonne durch. Denn oft das Schwang Gunzesried ist es mit 15 Grad am wärmsten. Schnee gibt es dort allerdings nicht mehr, genauso wie in Jungholz. Auf dem Fellhorn und an der Kanzelwand liegen hingegen noch 110 Zentimeter Schnee. In Beusterlang sind es rund 80 Zentimeter. Am Wochenende scheint im gesamten Allgäu die Sonne. Wolken sind nur selten zu sehen. Mit bis zu 18 Grad wird es angenehm warm. Am Donnerstag verdichten sich die Wolken ein wenig. Trotzdem steigen die Temperaturen auf maximal 20 Grad an. Am Freitag sind im ganzen Allgäu leichte Schauer möglich. Die Sonne hat kaum noch eine Chance. Es werden höchstens 17 Grad erreicht. Es geht um den Klassenerhalt in der DEL 2 für den ESV-Kopfbeuren. In der letzten und entscheidenden Playdown-Runde haben die Kaufbeurer am Sonntag die Falken aus Heilbronn empfangen. Die Ausgangslage vor dem Match. Die Joker führten vor der Begegnung mit 3 zu 2 nach Spielen. Die Gäste mussten gewinnen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu bewahren. Kaufbeuren konnte mit einem Sieg vor eigenem Publikum eben diesen Klassenerhalt fix machen. Ausverkauftes Haus mit 2600 Zuschauern beim Playdown-Spiel des ESVK gegen Heilbronn. Die Joker begannen Druckfall und kamen früh zu guten Chancen. Heilbronn zunächst praktisch nur dann gefährlich, wenn den Kaufbeuren Fehler im Spielaufbau unterliefen. Doch die hatten im Tor einen Stefan Feiß in Top-Verfassung. Dann Heilbronn mit einem Mann weniger, konnten eben wieder auffüllen. Gut sechs Minuten waren da gespielt. Die Gäste bekommen den Puck nicht weg und Michael Fröhlich mit dem Treffer zum 1 zu 0. Heilbronn mit Abwehrspielern vor dem Tor. Der starke Goalie Florian Proske bekommt aber den Handschuh nicht über die Scheibe und fröhlich mit einem feinen Heber. Heilbronn musste jetzt aufmachen, wollten sie die Chance auf einen Sieg und damit den möglichen Klassenerhalt wahren. Das wiederum gab Raum für den Kaufbeurer Angriff. Keine zwei Minuten später, Daniel Menge versucht es einfach mal vom Bulli-Kreis und irgendwie kullert der Puck hier am unglücklich wirkenden Proske vorbei ins Tor. 2 zu 0 für den ESVK. Im entscheidenden Spiel übernimmt Kapitän Menge Verantwortung, bereitet das 1 zu 0 vor und trifft selbst zum 2 zu 0. Heilbronn weiter bemüht, aber selten wirklich gefährlich. Stattdessen die Joker immer wieder mit guten Möglichkeiten gegen die aufgerückten Falken, aber im Abschluss meist zu unpräzise. Das 2 zu 0 zur Drittelpause zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Der zweite Spielabschnitt begann mit Heilbronn im Vorwärtsgang und einer Reihe von Fehlern der Kaufbeurer vor dem eigenen Tor. Glück für die Joker, dass Stefan Feiss einen richtig guten Tag erwischt hat. Nach einer kurzen Sturm- und Drangphase der Gäste wurde es ruhiger und Kaufbeuren wieder mit etwas mehr Chancen als Heilbronn. Dennoch blieb es beim 2 zu 0. Eine gute halbe Stunde gespielt, die Falken im Angriff und der Puck landet im Tor der Kaufbeurer. Dennoch kommt keine Freude auf bei den Gästen. Was war passiert? Grant Tolman hier mit einem Check an der Bande gegen den Kopf von Wayne Lucas. Die Folge, Matchstrafe und Heilbronn fünf Minuten in Unterzahl. In dieser Zeit gab es eine richtig gute Chance für den ESVK, die von Martin Haider jedoch erst nicht genutzt und dann vergeben wurde. Es blieb beim 2 zu 0 nach dem zweiten Drittel. Im letzten Spielabschnitt waren beide Teams nahezu ausgeglichen. Dabei konnten sich sowohl Goalie Florian Proske auf der einen, sowie insbesondere Stefan Feiss auf der anderen Seite ein ums andere Mal auszeichnen. Noch knapp vier Minuten zu spielen, der ESVK nutzt die Räume für einen Konter. Daniel Menge kann nur mit einem Foul am Torschuss gestoppt werden, Penalty. Den setzt aber der gefoulte Kapitän über das Tor, es bleibt beim 2 zu 0. Eine Minute vor Ende der Partie dann Auszeit Heilbronn, die anschließend ihren Goalie für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis nahmen. Doch das sollte nichts mehr bringen, es blieb beim 2 zu 0. Die letzten Sekunden, bis der Klassenerhalt sichergestellt war, auch dank des Kaufbeurer-Tohütes. Da muss ich heute eine Spiele über die anderen hochheben. Und das ist auf jeden Fall Stefan Feiss, war heute einfach in unglaublicher Form. Wir haben jetzt zwei Spiele lang gar kein Gegentor bekommen. Also das war auf jeden Fall eine Garantie zum Sieg im ersten, im zweiten und im dritten Drittel. Kaufbeuren natürlich wieder wie erwartet, mit viel Anfangsdruck, aber nicht so der Druck wie die letzten Spiele. Die beiden Tore, die sie gemacht haben, waren eher Stochertore, die natürlich schon aus der Offensive entstanden sind. Und diese beiden Tore, denen sind wir halt ewig nachgerannt. Kaufbeuren wünsche ich natürlich viel Glück für die Zukunft, vor allem mit dem neuen Stadion. Das ist mir ein Anliegen als Allgäuer. Die Freude nach dem Spiel über den Klassenerhalt der Kaufbeurer natürlich riesengroß. Auch nächste Saison gibt es hier wieder Zweitliga-Eishockey zu sehen. Sowohl Fans als auch Mannschaft haben sich das auf jeden Fall verdient. Egal ob im Fußball, Handball oder Eishockey. Das größte Ziel eines jeden Vereins ist wohl die Meisterschaft. Und die ist meist verbunden mit dem Aufstieg in eine höhere Liga. Dort warten oft nicht nur sportliche, sondern auch finanzielle Herausforderungen. Und die waren im Fall des EV Lindau einfach zu groß. Der Eishockey-Verein verzichtete auf sein Recht als bayerischer Meister, an den Aufstiegsspielen in der Oberliga teilzunehmen. Es ist ruhig in der Lindauer Eissport-Arena. Die Eisfläche geschmolzen. Die Saison der Lindauer Eiländers ist schließlich vorbei. Ende März ging es hier noch zur Sache. Der EV Lindau kämpfte in der Best-of-Five-Serie gegen den Höchstädter EC um die Meisterschaft. Das Spiel gewannen die Eiländers mit 7 zu 2. Und auch im entscheidenden fünften Spiel in Höchstadt setzten sich die Eiländers durch und sicherten sich so den bayerischen Meistertitel. Damit hatten sie das Recht, an den Aufstiegsspielen zur Oberliga teilzunehmen. Doch das lehnte der Verein ab. Für den ersten Vorsitzenden und sportlichen Leiter Bernd Wucher kam der Aufstieg einfach zu überraschend. Die Rahmenbedingungen hätten einfach nicht gestimmt, so Wucher. Wer uns kennt in Lindau, der weiß, wir arbeiten seriös und verbindlich. Wir haben hier eine große Verantwortung für 170 Kinder, die in den höchsten bayerischen Ligen spielen. Wir haben eine Verantwortung für die Fans, für den Verein. Und wir haben einfach drumherum so viele Baustellen gesehen, die wir in dieser Kürze nicht im Prinzip bestreiten können. Und wir haben uns einfach dann entschieden, dafür rechtzeitig, und zwar vor dem Aufstiegsspiel gegen Heilbronn zu sagen, nein. Weil alles andere wäre nicht fair gewesen, den Fans gegenüber, nur gegen die Aufstiegsspiele zu machen und dann auf den Aufstieg zu verzichten. Das wollte man definitiv nicht. Der EVL ist erst vor vier Jahren in die Bayernliga aufgestiegen. Seitdem habe man sich eine gut funktionierende Mannschaft und Vereinsstruktur aufgebaut. Und das könnte durch einen verfrühten Aufstieg gefährdet werden, so die Vorstandschaft. Vor allem finanziell sei der Aufstieg für die Eiländers derzeit nicht zu stemmen. Natürlich immer der große Faktor, der Sponsorbereich. Wir haben gesagt, zwischen 75.000 Euro und 100.000 Euro haben wir für uns gerechnet, bräuchten wir mehr. Das haben wir momentan nicht. Und natürlich haben wir viele Schulterklopfer, die sagen, toll. Aber wenn ich wahrscheinlich an die Sponsoren herantrete, dann wäre es sicherlich schwierig, die 100.000 Euro innerhalb von vier Wochen zu generieren. Doch der Aufstieg in die Oberliga ist noch nicht ganz vom Tisch. Sollte sich irgendwann noch einmal die Möglichkeit bieten, werde man das Thema ernsthaft angehen, so Bernd Wucher. Ja, wir haben natürlich ein Konzept hier. Wir haben eine Eishockey-Stadt Lindau. Wir sind die Sportart Nummer eins hier. Das wäre jetzt nicht im Interesse aller, wenn ich sagen würde, nein, wir sind auf ewig hier in der Bayernliga gut zu Hause. Momentan sind wir gut zu Hause, darum sind wir drin geblieben. Aber wenn wir unseren Nachwuchs sehen, wie gesagt, der spielt in den höchsten bayerischen Ligen und spielt erfolgreich gegen Teams wie Kaufbeuern, Füssen, Peiting und so weiter. Ich habe immer so einen Benchmark, das ist der EC Peiting. Der spielt mit zwei Reihen eigenen in der Oberliga. Das ist unser Ziel, das soll auch unsere Aufgabe sein. Wenn wir das mal erreichen, dann können wir stolz sein und dann gehen wir auch den Weg in die Oberliga. Doch jetzt konzentrieren sich die E.V. Lindau Islanders erst einmal auf die kommende Saison. Denn dort gibt es schließlich ein Wiedersehen mit den alten Gegnern der Bayernliga. Auch die Volleyballerinnen des Allgäu-Teams und Hofen haben ihre Saison beendet. Und zwar auf Tabellenplatz 3. Im letzten Spiel der 2. Bundesliga Süd der Damen gewannen die Oberallgäuerinnen gegen die Aufsteigerinnen aus dem saarländischen Holz klar mit 3 zu 0. 3 zu 0 hieß es auch im Spiel des FC Memmingen bei der Spielvereinigung Fürth und zwar für die Allgäuer. Die Tore für den FCM schossen Meier, Krogler und Geldhauser allesamt in der zweiten Halbzeit. Memmingen machte damit einen deutlichen Sprung auf Tabellenplatz 6. Soweit Sportliches aus dem Allgäu und jetzt wird es bei uns gleich tierisch. Leckeren Käse und viele weitere Markenprodukte preisbewusst einkaufen bei Edelweiß im Factory Outlet Center in Kempten. Das Allgäuer Bier mit Herz. Jetzt neu. Erhältlich bei Veneberg und Kaufmarkt und in allen AZ-Service-Centern. Bei der AOK Bayern ist Ihre Gesundheit in besten Händen. Von Vorsorge bis Versorgung, von Studium bis Rente, von Kind bis Senior. Für jedes Thema stehen die Experten der Gesundheitskasse zur Seite. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem privaten Regionalfernsehen. Regionalfernsehen. Große Sicherheit, perfekte Dämmwerte und schickes Design. Schlanke Glasarchitektur für offenes, helles Wohnen. Fenster und Türen schick. Ihr Josco-Exklusivpartner fürs gesamte Allgäu. Beim ersten Altusrieder Aktionstag der Allgäu-Pflege erfahren Sie alles Wissenswerte rund um das Thema Demenz. Vom Erfahrungsaustausch über individuelle Beratungen und wertvollen Informationen zu Angeboten und Möglichkeiten bis hin zur Selbsterfahrung im Demenz-Parcours. Im 19. Jahrhundert hat der Mensch den Biber fast ausgerottet. Nach einer Auswilderungsaktion des Bund Naturschutz ist er seit den 90er Jahren wieder öfters zu sehen. Heute gibt es in Bayern schätzungsweise 4.500 Biber-Reviere. Tendenz steigend. Da ist es kein Wunder, dass die Schäden an Bäumen und Gewässern ebenfalls zunehmen. Damit trotzdem ein friedliches Zusammenleben zwischen Mensch und Tier möglich ist, gibt es in Bayern ein Biber-Management. In Niedersondhofen war der hauptamtliche Biber-Manager Gerhard Schwab zu Gast und informierte über den Nager. Er ist ein scheuer Zeitgenosse. Meistens sehen wir nur seine Arbeit, der er in der Abenddämmerung und in der Nacht nachgeht. Mit den ständig nachwachsenden Nagezähnen fällt der Biber selbst dicke Bäume. Naturschützer freuen sich über den streng geschützten Nager. Forstwirte sind weniger erfreut, denn der Biber macht auch vor Nutzwäldern nicht Halt. Landwirte klagen über überflutete Äcker und die Teichwirte über durchlöcherte Dämme. Also es gibt punktuell erhebliche Schäden. Im Vergleich zu manchen Landkreisen sind wir natürlich noch etwas günstiger dran, weil es gibt Landkreise, die haben also entlang der Donau oder den vergleichbaren großen Flüssen erheblich mehr Schäden. Aber die Schäden nehmen auch bei uns zu. Die Biberpopulation steigt und aufgrund dessen gibt es auch immer mehr Schäden. Deshalb hat das Landratsamt Oberallgäu einen Informationsabend mit Diskussionsrunde veranstaltet. Der Bibermanager des Bund Naturschutz, Gerhard Schwab, informierte über das Verhalten der Biber. Auch rechtliche Bestimmungen waren Thema. Zum Beispiel dürfen Biber nicht gejagt, gefangen oder ihre Dämme zerstört werden. Trotzdem kann mit Genehmigung der Naturschutzbehörden gegen den Nager vorgegangen werden. Also das erste Mal im Landratsamt anrufen, sich informieren. Dann kommt davon, was für ein Problem es ist. Wenn der Biber Bäume annagt im Garten, die ich halten will, dann mache ich einfach Drahthose rum. Und dann kann der Biber die Weiden am Ufer fressen, aber die Bäume im Garten bleiben erhalten. Wenn der Biber landwirtschaftliche Flächen zu viel frisst, Elektrozaunen aufstellen, der Biber kriegt eine Dusche, dann geht er auf die Fläche nicht mehr rein. Wenn der Biber einen Damm gebaut hat, wo zu viel zurückstarrt, das Wasser zu hoch wird, rufen wir dann am Landrat zusammen da und wenn es zu hoch wird, gibt es die Genehmigung, den Damm abzutragen. Viel Aktionismus für ein Tier, das Mitte des 19. Jahrhunderts so gut wie ausgerottet war. In den 60er Jahren hat der Bund Naturschutz mit Genehmigung der Regierung einige Tiere ausgesetzt. Im Moment leben in Bayern ungefähr 17.000 Biber. Experten rechnen mit einem Anstieg auf bis zu 25.000 Tieren. Vor allem im Alpenvorland und in Mittel- und Oberfranken wird die Population noch steigen. Dann wird die Zahl stagnieren. Der Biber reguliert sich durch sein Reviersystem. Also es ist ein bestimmter Gewässerabschnitt, es kann ein Kilometer sein oder 6, 7 Kilometer, wo eine Familie drin wohnt und in dem Bereich lässt die Familie keinen anderen Biber zu. Das heißt, was dann an den Biber reinkommt, wird rausgebissen, rausgekämpft. Und wenn die Reviere mal voll sind, durch die Bisswunden, die infizieren sich. Ich habe ein Loch im Fall, wo Wasser reinkommt, es kommen Bakterien rein. Und ein Biber, der dann über 20, 30 Kilometer am Gewässer entlang geht, um ein eigenes Revier zu suchen mit einem Haufen Beißereien, der wird halt nicht überleben. Pläne, den Biber wieder in das Jagdrecht aufzunehmen, gibt es bis jetzt nicht. Auf lange Sicht müssen also die Land- und Forstwirte lernen, mit den Tieren zu leben. Die Naturschutzbehörden und der Biber-Manager stehen ihnen dabei beratend und mit einem Entschädigungsfonds zur Seite. Eine gute Nachricht noch zum Ende unserer heutigen Sendung. Kempten ist Fairtrade-Stadt. Heute ist offiziell das Fairtrade-Siegel überreicht worden. Bilder und Hintergründe dazu gibt es morgen bei uns. Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017